Musik Hallöchen liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Greedfall. Ich bin euer Zonk und wieder dabei mit euch das jetzt hier zu zocken. Wir gehen zu Konstantin in den Palast mit dieser Elfin. Wir sind in Tierflordie. Also es hackt so dermaßen. So öffnen und wir gehen an. Schauen wir mal, Gouverneurspalast. Hi. Ihr Exzellenz, es ist eine Ehre. Ja, ja. Wer ist da? Wer ist das? Sprich mit Berater für diplomatische Angelegenheiten. Schauen wir mal. Ihr Exzellenz, es ist immer eine Ehre. Wie kann ich euch servieren? Ha, ok. Ihn zu seiner Rolle befragen. Was genau ist deine Rolle hier? Ich versuche mit der Gouverneur Konstantin über die Begriffe. Und ich versuche, dass alle Begriffe die Begriffe sind gut und uns favoriert. Ich bin responsablet für die Begriffe auf die Begriffe, basiert auf ihren Wert, unter anderem. Es ist ein spannender Job, der die wichtigste Worte braucht. Wollt ihr noch was anderes? Was ist hier drin? Wer ist da drin? Okay, da können wir nichts looten oder so. Ah, hier haben wir Gold, schätze ich mal, oder? Was ist das? Sammeln. Palast-Dienstboten-Schlüssel. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. Gehen wir weiter Richtung Konstantin. Wir werden einen Raum nach dem anderen durchschauen einmal. Was ist hier drin? Klettern. Klettern. Sind Bett, sind Bettchen oben. Schätze ich mal, ah, okay. Ihre Exzellenz, so Eleganz. Sie sind wirklich an Ihren Ampel. Ah, dankeschön. Was bist du für einer? Guten Tag, Ihre Exzellenz. Hi. Ach, ich werde so verehrt, Leute. Ach ja. Du hast etwas entdeckt, neue Serene. Ja, wir können hier nichts looten. Ja, wir können hier nichts looten. Hier komme ich nicht durch. Gut. So, dann gehen wir wieder runter hier. Und gehen wir weiter. Die Treppen nach oben. Hier haben wir eine Truhe. Goldmünzen, vier. Giftige Falle, Munition, veredeltes Eisenerz. Super. Was haben wir hier unten? Keller. Schauen wir mal da hier ordentlich durch. Okay. Was ist hier drin? So eine Bücherei oder was? Sind wir in der Bücherei hier? Ah, ich bin schon Level 4, Leute. Fall mir gerade auf. Okay, hier ist auch nichts. Schauen wir mal komplett durch hier. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Zeugs zum Looten. Nö, hier ist auch nichts. Und hier auch nichts. So, jetzt gehen wir halt weiter. Was ist da drin? Ah, okay. Hier sind wir wieder da. Draußen. Okay, da ist eine Zelle. So, gehen wir wieder rauf. So, und wir werden jetzt hier rauf marschieren, Leute. Hi. So, wir sind da. Und so, du bist. Und hier bist du. So, du bist. Fair cousin. Was ist das? Wer ist diese verrückende Person in deinem Unternehmen? Ich bin Siora. Die Frau von Vladned, die Frau von Meb. Meine Mutter ist die Maal, die Chef unserer Klan. Ich bin glücklich, dass du dich ernten, Siora ist. Das ist unglaublich. Du bist so ähnlich, du kannst dich verraten sein. Wenn du mir bereitst, Prinzess, ich möchte ein Mission mit meiner Freundin conferieren. Du musst die Gouverneuren der Brücke und Tellemäe um ihnen meine Formal Regards zu geben, aber auch um herauszufinden, was sie haben gelernt. Sie haben hier viel länger als wir haben. Vielleicht haben sie einen Weg gemacht, um herauszufinden. Mhm. Entschuldigung, Maal, aber ich habe eine Reaktion für dich. Meine Leute brauchen deine Hilfe. Ich dachte, wir könnten die Dinge zusammenfassen, aber bitte, sprichst du dir. Die Allianz, die Bridge-Allianz und meine Leute sind in Krieg. Meine Mutter hat mich zu dir, in der Suche von Allianz. Ich schaue, dass ohne deine Hilfe, unser Klan wird großartig. Wir haben bereits so viele Menschen verloren. Hm. Hm. Das ist eine sinnvolle Reaktion. Du wissen, dass wir nicht in Krieg mit unseren Nachdenken gehen können. Vielleicht gibt es ein Weg, um eine Beziehung zu negatieren, um ein Zeitpunkt zu sehen, um etwas deutlich zu sehen. Das ist eine gute Idee. Ich wäre komplett verloren ohne dich. Gehen und mit dem, um... der Queen. Fair Cousin. Ja. Okay. Ja. Okay. Sehr gut. Gouverneurspalast. Alte Länder in einer neuen Welt. Drifte ich mit der Gouverneurin von Tilime und frag sie nach dem Malichor. Drifte ich mit dem Gouverneur der Brückenallianz und frage ihn nach dem Malichor. Die Schlacht der Roten Sperre. Gefolgt. Gelange ins Dorf. Fedres. Zudem. Stunt. Was kann ich für dich machen? Eine Nachrichten für deine Eltern? Nein. Mit dem Zeitpunkt es geht um den Kontinent zu gehen, ist es nicht zufrieden. Aber ich freue mich nicht. Mein Vater der nächste Scherz wäre sicherlich voll seinem üblichen Verständnis. Wie für meine Mutter. Ihr kennt sie auch. Sie ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um ihre nächste Assassination zu haben, dass ich meine Absenz erinnern habe. Ich werde jetzt verlassen. Auf Wiedersehen, Konstantin. Schau dir selbst! Locked. Locked. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, was ist denn? Oh, der nächste! Okay. Okay. Ja, weiß ich noch. Okay. Okay. Das ist lang und schwierig. Aber das ist der Preis der Wisdom, Desade. Wir müssen uns wieder ausmarschieren zum Orsiplatz. Äh, und wen haben wir jetzt da bei Kurt und die, wie heißt sie jetzt? Siora. Drifte ich mit dem Gouverneur der Brücken eine der Nachfolge nach dem Malichor? Das werden wir gleich machen. Wir folgen das dem Ding hier. Äh, ja. Direkter Zugang auf die Karte der Region. Auf der lokalen Karte findest du sowohl wichtige Orte und Charaktere als auch Questziele. M, lokale Karte aufrufen. Jo, was haben wir da? Lagerhaus C, Admiral in Cabral, Händler. Wir sollten zum Händler schauen. Wir gehen mal vorher zum Händler. Vielleicht können wir was Neues kaufen. Wir haben ja schon einiges an Geld. Kupferviertel. Da ist eine Truhe. Goldmünzen, marische Falle, Munition, veredeltes Eisenerz. Nehmen wir alles gerne mit. Wo ist der jetzt, der Händler? Hier. Sprechen. Okay. Zeig mir mal deine Waren, ne? Verkaufen mal. Was soll ich damit machen? Diese Axt verkaufe ich. Altes stumpfes Floret verkaufen. Wie viel haben wir eigentlich? 481. Wir können fast nichts mehr tragen, Leute. Nämlich. Verkaufen. Altes rostiger Rapier. Wir sind ja Magiering quasi. Rostiger Jagddolch. Ja, sehr gut. Rüstung. Verschlissener Dreispitz. Verkaufen. Modischer Hut verkaufen. Und abgenützter Filzhut. Weg damit. mit. So. Wir werden hier Brigant diese Okay. Können wir mal Ledermantel den Ledermantel hier verkaufen. Kaban. Habe ich schon. Habe ich schon an, Leute. Bestickte Swams. Reiseanzug. Verkaufen wir alles. Altes fleckiges Hemd. So. Handschuhe. Seemannshandschuhe. Verkaufen. Alte verstärkte Handschuhe. Und das ebenfalls. Alte robuste Handschuhe. So. Stiefel. Offizierstiefel. Welche alte Stiefel? Alles verkaufen. Soldatenstiefel. Bequeme Stiefel. Weg damit. Ja. Was haben wir da? Stopp in der Falle. Gegengift. Großer Magietrank. Großer Heiltrank. Munition. Werde ich aber alles lassen. Mal. Prachtvolle Fäder. Silberner Siegelring. So. Hast du was für mich? Stahlstilett. Stahlstilett. Das ist teuer, Leute. Nein, ich werde mich jetzt noch nicht eindecken. Das war's. Wir haben einiges an Gold. Trifft. Trifft sich den Governor. Hier ist noch eine Kiste. So. Weiter geht's. Kiste. Was haben wir hier? Okay, können wir hier rüber? Ich glaube, von hier drüben können wir rüber. Ah, Truhe. Ah, Truhe. Ja, auch Truhe. Ja. Die Position haben wir hier wieder. So. Hier gehen wir mal rüber. Östliches Tor. Du hast etwas entdeckt. Östliches Tor. Erkundung. Tierfragi besteht aus mehreren miteinander verbundenen Regionen. Während deiner Erkundungen wirst du Lagerplätze entdecken. Dort kannst du dich ausruhen und eine Schnellreise antreten. Wenn du das Ende einer Straße erreichst, dann verwende das Reiseinterface, um dein nächstes Reiseziel auszuwählen. Es gibt auch Karawanen in der Nähe großer Städte, mit denen du schnell von deiner Stadt zur nächsten reisen kannst. Sehr gut. Was haben wir da? Karawanenanführerin. Äh... Nö, ablehnen. Ich will nicht reisen. Okay, Karawanen. Ja, verständlich. Ich werde aber jetzt hier zum Gawener gehen. Eintrifft ihr mit dem Gawener Brückenallianz und frage nach dem Malichur. Lange das nicht mehr, die Reise. Hier rüber zum Gawener. Der Brückenallianz. Ähm... Hier haben wir... Okay. Hier haben wir drüben was. Eine Truhe sehe ich nämlich. Resistenz-Trank, Goldmünzen-Munition, Weißdorn und altes, besticktes Wams. So, dann geht's weiter. Aha, was ist das hier? Plündern. Zunderschwamm, grüne Speise, Täubling, Zottiger, irgendwas. Weißdorn. Okay. Was sind denn das für Sockel hier? Können nichts machen. Okay, dann gehen wir weiter, liebe Leute. Aber in der nächsten Folge, wir speichern hier mal schnell. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst mir doch gerne einen Like da. Abonniert meinen Kanal. Zonk. Und ich bin euer Zonk, sage... Over and out. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und ciao.